Du möchtest mir eine Frage stellen für das nächste Fragen-Antwort-Video, also FAQ-Video? Erst den Link in der Videobeschreibung. Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Leute, heute habe ich ein ganz, ganz wichtiges Ankündigungsvideo für euch. Und zwar mein Server hat endlich ein mega cooles Update bekommen, was ich einfach heute euch vorstellen möchte. Natürlich, wenn du auch einen Server hast und ganz wichtig, ein Abonnent von meinem Kanal bist, dann kannst du sehr, sehr gerne deine IP einfach unten in den Kommentar reinschreiben und mit ein bisschen Glück bekommt der Server dann auch eine Serverstellung. Natürlich, wenn dir dieses Video gefällt, vergiss nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, Leute. Aber ich habe gesagt, Leute, nun fange ich einfach mal an. Und zwar, wir haben schon jetzt hier auf so ein paar Updates, besser gesagt ein paar Updates, die den nächsten Mal kommen werden. Jetzt möchte ich einfach einmal ganz kurz sagen, was die nächsten Mal kommen werden. Ganz sicher ist erst mal KitBVP und da eigentlich kommen noch ein, zwei Spielmodis. Natürlich, was jetzt auch schon oben ist, ist auf dem Showcase-Server, ihr wisst schon, wo man Maps ingame angucken und downloaden kann, da kommen noch, denke ich, ungefähr sieben, acht neue Maps dazu. Ich bin mir nicht sicher, ich denke, so ungefähr so viel in den Dreh. Also da könnt ihr auch natürlich auch da ein bisschen rumgucken und neue Maps hier erforschen, was uns eingesendet worden sind von unseren fleißigen Bildern. Aber Leute, ich hätte gesagt, wir gucken einfach mal unseren, ja, wie gesagt, den Hauptteil an, warum sich eigentlich das Update wieder heute dreht. Bevor ich euch diesen Spawn nun zeige, muss ich nochmal kurz erwähnt haben, es haben sich so viele Leute dieses Update gewünscht, weil es gab so oft die Frage, wie bekommt man Ränge, wie bekommt man Vox-Sniper, wie bekommt man Head-Database-Rechte oder Build-Uleties-Rechte oder Amor-Stand-Tool-Rechte. Und Leute, das werde ich euch heute alles beantworten. Und deswegen schaut euch gerne das Video bis zum Ende an. Und zwar, was ihr jetzt hier auch seht, ist der neue Spawn-Punkt, Leute. Der ist auf jeden Fall affenstark. Auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an Hyperspace, Dofi Stroh, Jan-Log14 und Schussi doch, als sie hier das schon wunderschön gebaut haben. Also echt wunderbar. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und Leute, schreibt gerne rein, wie viele Punkte ihr diesen Spawn geben würdet, wenn ein Punkt wenig ist und zehn Punkte am meisten. Ich schreibe natürlich auch meine Bewertungen unten rein. Ich finde den wirklich wunderbar. Also schaut gerne selbst auf den Server auf. Der ist echt wirklich schön gebaut worden. Natürlich muss ich auch noch ganz kurz ankündigen. Wir haben ein Forum, Leute. Einfach lotus.de eingeben. Dann kommt ihr zum Forum vom Server. Und weil ich ja vorgesagt habe, eine neue Plotwelt. Keine Sorge, keine Bange. Man kann in die alte Plotwelt rein. Guckt, ich bin jetzt in der alten Plotwelt wieder. Und da kann man, wie gesagt, sein altes Bauwerk weiterbauen. Oder die alten Plots angucken. Also da gibt es keine Probleme, Leute. Einfach in die alte Plotwelt wieder zurückgehen, wenn ihr das alte halt wieder haben möchtet. Aber dieses Video dreht sich ja heute um das neue Update. Deswegen lassen wir euch einfach mal heute das alles ein bisschen zeigen und durchführen, sozusagen. Und zwar hier ist da Menü Amor Stand. Dort kann man das Spiel von Warps auswählen. Spawns, alte Plotwelt, die habe ich euch gerade gezeigt. Die Jetcaller kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Da könnt ihr zum Beispiel irgendeine Farbe auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Lila, weil Lila meine Lieblingsfarbe ist. Dann schreibe ich mal zum Beispiel Hallo rein. Und dann schreibt man auch schon diese Farbe. Diesen, das kann man halt abjam bringen, Leute. Aber ich erkläre euch, wie man das alles auf dem Weg kommt. Dann gibt es auch den Daily Reward, Searching System und Ability und Crates, Leute. Aber wir haben das überall hier mit solchen Amor Stands verteilt. Und ich zeige euch mal, hier ist mal das wunderschöne Daily Reward. Ich habe das leider schon eingelöst, sonst hätte ich euch das zeigen können. Jeder Rang hat seinen eigenen Daily Reward. Man kann da auch, zum Beispiel wenn man Jump hat, kann man die Folgen auch abholen. Ganz praktisch, weil dann hat man halt mehr Kisten. Das hier bin ich. Ich bin der Lotus und sitze da. Da kann man, wie gesagt, da drauf drücken. Dann kommt man zu meinem Kanal. Für Leute, die das noch nicht wissen, dass ich halt YouTube mache und so. Aber trotzdem muss ich einfach rumschilden. Und hier sieht man schon wunderbar die tollen neuen Crates, Leute. Da sieht man, hier kannst du Crates öffnen. Dort kannst du tolle Rechte wie Vox, Sniper oder Ränge gewinnen, Leute. Und zwar, wenn ihr fragt, welche Ränge, was kann ein Rang hin und her. Ganz einfach slash Rang machen. Da seht ihr, wir haben auch hier einen neuen Rang entzugefügt. Und der Senpai-Rang, Leute, der ist wunderbar. Und zwar, den kann man später nur durch Verlosungen und Voten bekommen. Also wir werden natürlich, wie ich auch schon gerade gesagt habe, Voten werden wir von dem Nächst auch hinzufügen. Da kann man den Senpai-Rang bekommen. Und natürlich, wie bekommt man halt Premium Plus, weil es war auch oft die Frage. Einfach slash YouTube eintippen und dann wisst ihr, wie man das bekommt. Aber Leute, lasst mich mal die Trades zeigen. Man kann, wie gesagt, einfach Rechte von AmoSense Tool, Abilities. Aber ich denke, die meisten Ränge kann man da auch noch gewinnen draus. Vox, Sniper kann man gewinnen. Es gibt einfach, man kann dadurch auch Rechte. Ich habe jetzt gerade Build-Uledies gewonnen. Und das kann ich oft dann auch verwenden. Oder ihr wisst schon Bescheid, Leute, wie das läuft. Also ich brauche es nicht erklären. Dann gibt es hier noch die Universe-Kiste. Das ist, denke ich, eine bisschen bessere Kiste. Also ihr wisst schon, normal, ganz, ganz toll. Also das sind sozusagen unsere zwei Kisten, was wir hier haben. Das Weitere wollte ich noch kurz auf das Searching-System eingehen. Das ist eher was für unsere Bilder Interessantes. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen. Da kann man halt so Einträge, Kategorien auswählen und sich dorthin teleportieren. Aber wie gesagt, das ist eher was für unsere Bilder. Ich wollte einfach mal euch diese wunderschönen AmoSense zeigen. Was ihr zum Beispiel machen könnt, wenn ihr das halt aus der Kiste gewinnt. Finde ich wirklich echt cool gemacht nochmal. Also echt wirklich top. Und Leute, ich zeige euch mal ein bisschen von außen oder von oben oder wie man es jetzt auch so nimmt. Ach, das ist wirklich schön geworden. Der ist wirklich schön geworden, Leute. Und wie man auch hier schon sieht, die Plotwelt. Jetzt kommt das ganz Interessante. Und zwar, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr große Plots. Ich denke, die alten Plots waren, denke ich, viermal kleiner. Aber die sind jetzt einfach mal viermal größer. Und man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz hier, was zu bauen. Und ja, man kann ja einfach sich austoben, wie man möchte. Zusammengefasst war das jetzt das ganze Update. Natürlich, Leute, vergesst nicht, was ich am Anfang gesagt habe. Circa eine Woche nach dem Upload von diesem Video ist nun KidPVP da. Also das ist nur ungefähr eine Woche, schätze ich jetzt mal, dauert das. Danach, wie gesagt, haben wir zwei Spielmodis. Einmal dann KnockIt und dann KidPVP. Und natürlich unser Haupt-Bauserver und Showcase, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich würde mich natürlich mega toll freuen, wenn du vorbeischaust. IP ist natürlich unten in der Beschreibung. Und ganz wichtig, Leute. Erstmal in der Videobeschreibung. Dort habe ich so ein Tele-Anonym gemacht. Das heißt, da könnt ihr mir Fragen stellen, weil ich möchte mir gerne so ein FAQ-Video machen. Vergiss nicht, lasst mir auch gerne da eine Frage da. Einfach erst mal den Link in der Videobeschreibung. Und ja, Leute, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr hier auf dem Server auch vorbeischaut. Und ja, einmal euch selbst überzeugt von dem neuen Update. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hier geht es zum nächsten Video. Und Servus.